Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Neue Technik hier. Kennst du den Moment, du willst die Videokamera anmachen und willst Aufnahmen machen, dann kommt die Meldung für die Speicherkarte einstecken. Das ist mir nämlich gerade so passiert mit meiner Videokamera. Wir sind unterwegs nach Frankfurt und da möchte ich euch mitnehmen. Macht meine Videokamera an und ja, stellt dann fest, die Speicherkarte ist zu Hause in meinem Laptop. Mein Sohn hat sich krass gewundert, dass ich mich nicht drüber geärgert habe, aber ich dachte, naja, ärgern bringt jetzt auch nichts. Ist halt so, ansonsten nur vergeudete Energie und jetzt durfte ich oder darf ich zum Filmen das nagelneue Handy, das nagelneue iPhone für meinen Sohn nutzen und ja, mich damit mal vertraut machen. Okay, also, wir sind unterwegs nach Frankfurt, was wir dort machen. Das erwarten wir später noch. Jetzt geht es erstmal ins B-Way, wo wir, ja, saarländisches Motto machen werden. Ich habe gesagt, mal saarländisches Motto. Machen wir jetzt ein saarländisches Motto. Hauptsache gut guess für diejenigen von euch, die jetzt kein saarländisches Burgerbuch haben. Hauptsache gut guess heißt, zu deutsch übersetzt, Hauptsache gut gegessen, denn im B-Way gibt es wirklich eine ganz leckerte Küche. Die gar ne Küche, ein Rohkost passiert und dort werden wir uns das jetzt erstmal gut gehen lassen. Ich habe gesagt, mal saarländisches Motto. Ihr Lieben, wir sind gerade hier in Frankfurt angekommen, haben das Parkhaus verpasst, wo wir sonst immer parken, sind jetzt gerade dabei, uns ein bisschen zu orientieren, das B-Way zu suchen. Und ja, ich werde oft gefragt in der letzten Zeit, wie ich das alles so mache, mich vom festen Job 30 Jahre öffentlichen Dienst verabschiedet habe. Und wenn man dann so das ein oder andere Mal auf dem YouTube-Kanal oder überhaupt auf Instagram, Facebook von mir was sieht, dass ich hier und da und dort unterwegs bin. Also für mich persönlich bin ich relativ wenig unterwegs. Das Reisen steht ja eigentlich jetzt an. Ich bin ja derzeit nur ein bisschen in Deutschland unterwegs, aber ich kann ja einfach nur sagen, dass das Universum immer in Bewegung kommt, sobald man einfach so eine kraftvolle Entscheidung mal trifft, seinem Herzen zu folgen und auch wirklich die Dinge zu machen, die einem am Herzen liegen. Und dann natürlich auch Vertrauen ins Leben zu haben. Und dann kommt das Universum in Bewegung und erschafft einem die Möglichkeiten. Und da bin ich keine Ausnahme. Wenn du derzeit in einem Beruf bist oder in einem Job bist oder dich in einer Situation in deinem Leben befindest, wo Dinge einfach sind, wo du die so nicht haben möchtest, dann triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung aus deinem Herzen heraus. Setz dich hin, nimm dir ein Blatt Papier und fang einfach mal an zu träumen, wie das optimale Leben ausschaut, das du ja gerne führen möchtest. Und dann mach dir mal Gedanken drüber, wo liegt deine Kreativität, dein Potenzial, wo liegen deine Gaben. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Das ist immer so eine zentrale Frage. Und dann kommt Schritt 3. Wie kannst du das miteinander verknüpfen? Und wie kannst du mit diesen Dingen, also mit deinen Herzensdingen, mit deiner Aufgabe, die daraus dann einfach resultiert, entsprechend die notwendige Geldenergie in dein Leben ziehen? Und dann lässt du da einfach auch nochmal Antworten zu. Und dann wirst du erstaunt sein, wie viele Möglichkeiten das Universum dir da auch einfach zuspielt. Ja, das ist so die kleine Inspiration für dich, also das gilt bei dir genauso wie bei vielen anderen, wie bei mir eben auch. Es geht immer nur darum, Vertrauen ins Leben zu haben, das Leben meines Grundsätzlich gut mit uns. Und wenn wir die Dinge machen, die uns am Herzen liegen, dann kommt das Universum auch in Bewegung. So wie es jetzt hoffentlich in Bewegung kommt und da vorne gleich um die Ecke, das V-Way zu sehen ist. Ihr Lieben, wir sind jetzt gerade auf dem Weg ins Maritime Hotel nach Frankfurt, nachdem wir uns im V-Way haben gut gehen lassen. Ja, und hier gibt es jetzt ein Seminar, ein Event, Veranstaltung, PowerNacht im Rahmen der Partner Marketing Days, wo ich kürzlich hier ja schon in Frankfurt war. Und ja, da geht es einfach um Online-Business, sich zu connecten und ja, wie man sein Business noch weiter so anfangen kann. Und dann schauen wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Und dann schauen wir mal, was uns hier ja schon. Und dann schauen wir mal, was uns hier ja schon. 12.11.2017 hier im Maritime Hotel. Das Team der Laban Academy ist jetzt für euch da. Ja, perfekt, denn das mit meiner Begrüßung hier ist. Voll genial. Euch darf ich doch aufnehmen, gell? Wollt ihr was sagen? Wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir denn hier? Oder wer seid ihr? Ja, die Anke, Herr Gutgesell. Lebensfreude, Spendung. Und ich bin der Jens vom neuen gesundheitsbewussten Welt. Da kommt gerade ein Kongress nach der Kurzwerbung. Genau, Kongress startet am 1.12. Unbedingt dabei sein, absolut geniales Gesundheitswissen. Richtig. Und den Link findet ihr unter diesem Video hier. Richtig. Danke. So, Herr Lieben. Das war die Abendveranstaltung, die Auernacht, Maritime Hotel, Frankfurt, ich werde mich nicht erinnern. Das Wesentlichste, was ich heute Abend noch mal mitgenommen habe, was ich mir noch mal bewusst gemacht habe, und weil ich deshalb an euch jetzt hier zum Abschluss, das ist glaube ich schon 5.00 Uhr nach 11.00 Uhr oder nach 12.00 Uhr, und wenn ich noch 2.00 Uhr im Vater über uns mitgenommen habe und an euch auch weitergeben möchte, lasst dein inneres Licht erstrahlen. Erinnere dich daran oder erinnere dich überhaupt daran, wie wir als kleines Kind früher mal wach geworden sind morgens und es kaum erwarten konnten, was dieser neue Tag uns schenkt, was wir heute alles erleben, welche Geschenke auf uns warten. Und erlaube diesem inneren Kind, das auch in dir steckt, noch mal wach zu werden. Und ab morgen früh stehe auch mal bitte noch mal mit großen Augen auf, schau mit großen Augen in die Welt und öffne dein Herz dir selbst gegenüber und deinem Umfeld und erlaube deinem eigenen Potenzial, deinen Gaben sich zu entfalten, damit du da wirklich mal auf dein Herz ins Ziel kommst und ja, Neues erschaffst in deinem Leben und über dich hinaus wächst. Jetzt haben wir gerade hier Zuschauer, macht nichts, weiter geht's und auf den Weg deines Herzens kommst und du Schöpfer und Erschaffer, zum bewussten Schöpfer und Erschaffer seiner Lebenswirklichkeit wirken. Jetzt geht meine Zunge mal rund, jetzt machen wir hier einen Fake. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Danke für dein Dabeisein, für dein Interesse. Bleib auf dem Weg. Ich hoffe, deine Erste selbst gegenüber. Dein Erntag. Tschau. Tschau. Musik. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017